Herzlich Willkommen zum SLUBCAST. Wie vermeide ich Plagiate? Das sind Emma und Max, die sich gegenseitig Tipps zum richtigen wissenschaftlichen Zitieren geben. Weißt du Max, was mir bei meiner Hausarbeit Sorge macht? Ich habe ehrlich gesagt immer Angst, dass ich aus Versehen etwas vergesse zu kennzeichnen und dann der unsauberen Arbeit bezichtigt werde. Die Konsequenzen können ja echt hart sein. Das reicht von Deiner Arbeit wird nicht anerkannt bis hin zur Exmatrikulation. Da gab es ja genügend Beispiele in der jüngeren Geschichte. Da haben einige ihren Doktortitel verloren. Wir haben darüber im letzten Seminar erst diskutiert. Es gibt ganz viele Stolperfallen. Das können zum Beispiel die wörtliche Übernahme von Textstellen sein, das Zitieren von nicht mehr vorhandenen Internetquellen, Übersetzungsplagiate oder auch Ideenplagiate. Ich verstehe das nicht, wie man einfach nur Copy und Paste ohne einen Nachweis machen kann. Eine ordentliche Literaturrecherche gehört ja zu jeder guten Arbeit. Naja, meistens wird das aus Zeitdruck und vor allem aus Unwissenheit passieren. Dabei gibt es ein paar einfache Tipps, wie man Plagiate beim wissenschaftlichen Arbeiten vermeiden kann. Zum Beispiel ein Standardwerk zum wissenschaftlichen Arbeiten griffbereit zu halten, genügend Zeit für die Arbeit einzuplanen und im Zweifelsfall lieber zu viel als zu wenig nachzuweisen. Außerdem sollte man von Anfang an mit Kurzbelegen arbeiten und exzerpieren, also herausschreiben, wer was wo geäußert hat. Ist man sich unsicher, ob in diesem Exzerpt genannten Auszug ein selbstentwickelter Gedanke, eine Paraphrase, also eine Wiedergabe in eigenen Worten oder ein direktes Zitat steht, sollte man immer noch einmal nachschlagen. Und es ist empfehlenswert, ein Literaturverwaltungsprogramm zu nutzen, um systematisch zu bibliografieren, also die genutzte Literatur zu erfassen und im Literaturverzeichnis aufzuführen. Gerade die Literaturverwaltungsprogramme helfen dir gut, Plagiate zu vermeiden, weil du alle Literaturnachweise an einem Ort speicherst und den Überblick nicht verlierst. Na da bin ich ja erleichtert, dass es solche hilfreichen Programme gibt, die mein Problem lösen können. Ja, sie bieten viele weitere nützliche Funktionen, über die wir uns unbedingt später nochmal unterhalten sollten. Weitere Filme zum Zitieren findet ihr auf dem YouTube-Kanal der SLUB. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wir freuen uns auf eure Kommentare.